Yo, ein fluchtiges Willkommen mal wieder hier zurück zu Stardew Ready. Und man hört es glaube ich schon, es regnet. Aber normalerweise sind wir ja beim Regen immer in die Mine gegangen. Das werden wir diesmal aber nicht machen, denn ich hatte ja schon angekündigt, wir werden mal eine kleine Angeltour machen. Denn es gibt tatsächlich auch ein paar Fische, die man tatsächlich nur bei Regen fangen kann. Und das war jetzt nicht sonderlich erfolgreich mit dem Blumenkohl. Das war ein bisschen doof, deswegen machen wir es einfach mal Melonis. Meloni, Meloni. Es ist sowieso doof, da Sachen reinzuschmeißen, die man in der jeweiligen Jahreszeit kaufen kann. Also, ja, das lohnt sich dann gar nicht. Wir wollen aber natürlich, oh, erstmal diese ganzen Sachen wegsortieren. Vielleicht sollte ich mal wieder ein paar neue Kisten herstellen. Ja, das ist schon fertig. Jeder Menge passt die Naken und ganz viel Weizen, was da nicht mehr reinpasst. Sternchen, 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 Sternchen. Und Goldsternchen, Goldsternchen. Und dann kommt auch dieses ganze andere Zeugs weg hier. Das und das und dies und das und das. Ich habe schon wieder so viel Müll dabei, fällt mir gerade so auf. So, da müsste ich eigentlich auch noch so viel reinschmeißen, da habe ich aber irgendwie keinen Bock drauf. Weil das alles so ein bisschen, ja, nicht so meine Lieblingsbeschäftigung ist. Das kommt erstmal hier rein. Das brauchen wir noch, das können wir wegtun, das auch. Ich weiß aber nicht, was es mit dem Geister-Ding jetzt auf sich hat. Und ob das aber nur so, weil es regnet ist. Hallo Hiro Vita Bomb. Ich verkaufe jetzt hochwertigen Dünger und neue Nutzpflanzen. Bis bald. Ach, verkauft er die erst ab heute? Oder ist das das, was wir schon gekauft haben? Und er erzählt uns das quasi jetzt nochmal. Mal gucken. Wir klatschen da auf jeden Fall nochmal kurz ein paar Eier rein. Wir brauchen nämlich ganz viel Geld. Jede Menge Geld. Und, ähm. So, ein bisschen Ziegenkäse schadet nie. Und ein bisschen Milch, glaube ich, auch nicht. So, da haben wir noch ein bisschen. Wo, also es lohnt sich schon, dafür. Da haben wir jetzt gerade 5 Melonensaat rausbekommen. Da kann man gut was draus machen. Vielleicht sollten wir das ganze Gewächshaus einfach nur mit Melonen vollpflanzen. Ähm. Ach genau, ich wollte gucken, was kostet denn die Sprinkler? Eisenbachen, Goldbarren und verfeinerter Quarz. Hm. Weil. Ja, vielleicht sollten wir da drin. Au. Die haben gestern nicht zu futtern bekommen. Warum? Oh, vielleicht wächst das Gras zu weit weg. Oh, das ist natürlich doof. Das kann ich so wahrscheinlich auch nicht melken, ne? Ja. Ich glaube, die kann ich alle nicht melken. Weil hier hinten wächst ja leider kein Gras mehr. Das ist das Problem. Wie kriegt der Gras hin? Hm. Wie kriegt das, dass ich dort hinten wieder Gras hinbekomme? Müssen wir mal schauen. Ähm. Ja. Das müssen wir unbedingt ändern. So. So. Das hier unten lasse ich mal alles auslaufen. Da ist noch Kartoffeln. Aber ansonsten, Sonnenblumen wachsen da auf jeden Fall noch jeder Menge. Ähm. Hier ist auf jeden Fall noch ein guter Platz. Der eigentlich gegossen wird, aber... Weil dort nichts gepflanzt war. Oh, das war doof. Den da unten. Den wollte ich gar nicht. So. Da können wir nochmal eine Melone hinmachen. Ähm. So. Dann können wir hier nochmal... Ach, machen wir einfach da hin. Müssen wir halt nochmal gießen. So. Ähm. Wahrscheinlich ist das Ganze bei den Hühnern jetzt das gleiche Problem. Ja. Ne. Ein paar haben auf jeden Fall was gefressen. Das sind die, die zur Seite gelaufen sind. Ähm. Was? Warum ist da jetzt Futter drin? Ach, ich glaube, die haben eine automatische Fütterung, ne? Das ist das Ganze nett gemacht. Das heißt, die werden auf jeden Fall gefüttert. Jeden Tag jetzt. Das ist dann nicht das Schlechteste. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Jetzt müssen wir mal hier wieder ein bisschen aussortieren. Äh. Jetzt ist wieder diese komische Stimme da. Wir nehmen mal ein bisschen Eier mit. Ähm. Aber ansonsten... Ah, wir haben noch weitere Melonensaat. Ah. Ich wollte jetzt nicht so viel anpflanzen. Das kostet alles viel zu viel Zeit. So, dann können wir das aber auch immer so gießen. Dann passt das schon mal. Ich wollte eigentlich so einiges machen in dieser Folge. Aber irgendwie werden wir schon wieder nichts schaffen. Ähm. Ja. So, Ratischen kann weg. Kartoffel kann weg. Ich hoffe, ich vergesse jetzt nicht irgendwas. Ähm. So. So. Und so. Ähm. Ich lasse den Melkkübel jetzt mal im Inventar, bevor wir den jedes Mal wieder vergessen. So, da schon wieder was zum Aufhacken. Ein bisschen Lehm. Ah. Hier ist echt kein Platz mehr. Kommen wir da noch durch? Ja. Wir müssen unbedingt mal einen richtigen Weg da lang bauen. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Wir haben mittlerweile über 1000 Steine. Also es sollte ja wohl machbar sein. Hallo. Was? Kicher. Ja. Hallo Mani. Danke dir. Äh. Ja. Und wie viel magst du uns jetzt? Zwei Herzen. Wir können hier durch. Wir können die Hose holen. Du hast etwas gefunden, Violette. Glückschor. Der Louis sucht sich ja danach. Nice. Cool. Können wir das gleich mal abgeben. Und dann. Ja. Ich weiß gar nicht, wo wohnt der Louis jetzt nochmal. Der ist ja hier der unten, ne? Der wohnt hier, ne? Ist er denn zu Hause? Ja. Schönen Nachmittag. Oh. Du hast sie gefunden. Wo? Äh. Ähm. Also. Äh. Ich hab keine Ahnung, wie sie dort hinkommen könnte. Äh. Hüste. Das bleibt zwischen dir und mir. Verstanden? Ja. Ne? Gib schon zu. Da lief was zwischen euch beiden. Was kriegen wir dafür? 750 Gold. Nice. Ähm. Ja. Am Strandelein. Da gibt's mal wieder. Äh. Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Nicht viel. Ach. Verdammt. 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 Ich war doch grad bei Marni. Dann kann ich doch gleich mal danach gucken. So. Tierbedarf. Heu, Heizgerät und Schafschere. Brauchen wir nicht. Aber. Tiere kaufen. Hase. 8000. Äh. Ja. Ne. Hat sich grad erledigt. Warum sind die so teuer? Wir brauchen unbedingt Geld, weil wir müssen noch für 25.000 den Kuhstall erweitern. Dann können wir Schafe und Schweine kaufen. Was beides wahrscheinlich auch sauteuer sein wird. Und jetzt das hier. Die Hasen 8000 jeweils. Das wird auch lustig. So. Diese Blumen kann man auch glaube ich teilweise recht gut verschenken. Das ist auch nicht das Schlechteste. Ähm. So. Jetzt gucken wir nochmal schnell. Wie lange hat Pierre auf? Bis 17 Uhr. Das schaffen wir. Dumm, 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 dumm. Los. Da ist wieder eine Quest. Ähm. Hering. Sebastian. Ne. Das war nicht Sebastian, ne? Äh. Doch. Sebastian braucht den Hering. Ähm. Hast du jetzt irgendwas Neues? Nein. Ah, hier können wir Grasbündel pflanzen. Solange wir es nicht gleich wegfuttern. Ähm. Ja, von den anderen brauchen wir glaube ich nicht. Dann haben wir wieder kein Geld mehr. Was mag denn der liebe Pierre? Ja, ich weiß es gar nicht. Wir quatschen trotzdem mal mit ihm hier so. Privat. Und ansonsten. Die treffen sich jetzt ja hier wahrscheinlich alle gleich. Ja. Der Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde in seinen Ehren heute ein extra Bier trinken. Macht er wahrscheinlich jeden Tag. Trinkt dir total viele Bier und sagt. Ja, ihn andenken auf den und den. Ach ja. Auf den und den. Auf den und den. Und dann ist er aber komplett betrunken. Na, gehst du zur Arbeitssüße? Ähm. Die liebe Emily. Brauchst du? Magst du? Ich glaube du magst hier auch. Narzissis. Magst du Narzissen? Danke dir. Ich will dir die positive Energie in diesem Geschenk. Alles was von mir kommt ist immer positiv. Ich bin eigentlich voll der negative Mensch. Ich fange auch übelst schnell an zu tilten in irgendwelchen anderen Spielen. Also mich schnell aufzuregen und so. Wenn es nicht so läuft. Hallo Lea. Du möchtest glaube ich Eier, ne? Dann gebe ich dir auch nochmal ein Ei. Das ist ein wirklich nettes Geschenk. Danke dir. Bitte Sir. Immer wieder gerne. So. Ähm. Was ist das? Das ist einfach nur ein Bäumelein. So. Wir angeln mal. Im Regen. Kommen dann immer ganz andere Fische. Mal gucken, was da so an die Oberfläche kommt. Grünalge. Kann ich damit eigentlich irgendwas machen? Kann ich das nicht verschenken? Ich habe so viel Grünalgen. Kann ich einfach. Vielleicht steht ja irgendwer voll auf Grünalgen. Dann kann ich ihm immer ganz viele Grünalgen schenken. Mal gucken, ob es denn noch einen gibt. Ein Blaubarsch. Hatten wir den schon mal? Glaube. Irgendwie erinnere ich mich auf jeden Fall an den Namen. Oh, das ist ein etwas schwierigerer Fisch. Oh mein Gott, ist das schwer. Boah. So. Naja. Leider finden es ja immer noch so viele Fische. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo wir die alle herbekommen. Aber. Naja. Wir werden schon einiges finden. Wow. Das ist ein bisschen ein schwierigerer Fisch. So, komm her. Der will mich noch ein bisschen austricksen. Schaffst du aber nicht. Ich bin Profiangler. Also, möchte gern Profiangler. Und einen Katzenfisch. Na ja. Und. Ja, irgendwie. Eine Brasse. Alles irgendwie nicht so erfolgreich. Ich weiß halt auch immer noch nicht. Zählt das hier als Fluss? Zählt das hier als See? Okay. Wir angeln mal hier vom Steg aus. Wir angeln mal da im etwas tieferen Wasser. Mal gucken, was da so schönes kommt. Falls da überhaupt was kommt. Ja. Ein Fisch, der gleich einschläft. Ist aber auch schon spät, ne? Ja, war eigentlich klar, dass das so ein Fisch sein wird. Und. Neige. Aber. Ansonsten kommt hier nicht viel. Irgendwann muss doch hier mal ein Fisch kommen. Ein besserer. Irgendeiner, den ich noch nicht kenne. Nicht immer das gleiche. Ja, irgendwie ist es gerade alles nicht so spektakulär. Ich hoffe, dass wir wenigstens bei Level 10 erreichen in Angeln. Ich bin gespannt, was wir uns dann auswählen können. Das wäre, glaube ich, nicht das Schlechteste. Weil das ist ja hier echt armselig. So, ganz kurz ein Moment. So, jetzt können wir hier nochmal abhauen. Ja, das reicht mir. Da kommt irgendwie nur ganz, ganz komische Fischis. Jetzt ist die Frage, dass man fährt. Ich wollte gerade sagen. Es schläft, glaube ich. Hier wird nicht geschlafen. Hier wird gearbeitet. Bis wir umfallen. Ich weiß gar nicht, was fehlen uns denn überhaupt noch für Fische? Einmal der Buntbarsch. Der Aal. Und der Stör. Keine Ahnung, wo man die herbekommt. Aber das werden wir noch herausfinden. Da haben wir auf jeden Fall auch schon wieder ein bisschen was Cooles drin. Hier wollte ich die Kramreuse mitnehmen. So, ähm. Ja, hier die Köder wieder reinpacken. Und dann wieder an die Angel. Und dann geht es nochmal kurz ans Angeln. Ich hoffe, dass wir hier wenigstens irgendwas Gutes finden jetzt. Wozien habe ich zuletzt relativ wenig geangelt. Es kann wirklich sein, dass wir hier noch viele Fische vergessen haben. Ich weiß, dass im Sommer hier auf jeden Fall ein Fisch lebt, der uns noch fehlt. Ich glaube, Oktopus oder sowas. Eine Sattelle. Ähm. Ja. Wow, das ist ein besserer. Aber jetzt auch nicht überragend. Der Aal. Nice. Cool. Dann fehlen uns nur noch zwei Stück. Richtig nice. Cool, cool. Da. Haben wir den Aal. Ah, ein Hering. Den müssen wir auch noch abgeben. Ich würde jetzt gerne noch so ein Aal finden, aber wahrscheinlich wird das nix. Mal gucken. Cool. Haben wir wieder einen neuen Fisch gefunden. Hier findet man den Aal, also. Ja, das dürfte noch so ein Aal sein. Der rutscht so ein bisschen. Das ist so glibberig. Fisch. Ja, da haben wir ihn. Und gleich mal einen neuen Rekord. Können wir das auch demnächst fertig machen? Aber uns fehlen noch trotzdem so viele weitere Fische. Mal gucken. Seetang. Und. Ah. Ein Heilboot. Ach, kennen wir auch schon. Einen machen wir noch. Dann geht es wieder zurück. Dann wird es auch spät. Das könnte wieder ein Aal sein. So glibberig und schleimig. Ja, cool. Nice. Da haben wir doch wieder einen Fisch-Bundle fertig. Dann fehlen uns noch zwei Stück. Eigentlich keine Ahnung, wo wir die herbekommen. Ah, hier. Willi ist auf dem Weg nach Hause. Mag er eigentlich Fische? Ich weiß gar nicht, ob er auf Fische steht. Ein Geschenk, danke. Das war, glaube ich, nicht so begeisternd. Oh, ja. Ach, dich. Mit dir haben wir schon geredet. Sind hier noch welche da? Ne. Bis 0 Uhr haben die nur auf. Ach, jetzt gehen sie alle nach Hause. Hallo, Pam. Alles klächeln. Ich habe leider kein Bier für dich dabei. Kommt da noch wer raus? Bin hier so der Türsteher. Manche voll gruselig. Ich warte vor so einer Bar auf alle möglichen Leute. Aber ich glaube, die Leute, die am weitesten weggehen mussten, sind jetzt als erstes gegangen. Ja. Sind alle schon weg. Schade, schade, schade. Aber naja. Mal gucken. Wir können ein paar Fische natürlich verkaufen. Die können wir verkaufen. Ich glaube, die Brasse auch. Die Sardelle können wir auch verkaufen. Das können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Den Kaulbarsche finden wir auch ohne Ende. Die restlichen würde ich gerne aufbewahren. Beziehungsweise den einen Aal packen wir mal hier rein. Den Rest packen wir in die Kiste. Ähm. So. Ich weiß immer noch nicht, was das mit diesen komischen Geräuschen auf sich hat. Das ist auch echt manchmal gruselig. Aber naja. So. Wir gehen das Bett, würde ich sagen. Läuft noch irgendwas im Fernsehen? Nö. Wetterbericht? Klar und sonnig. Ja. Ist sowieso egal, weil wir haben draußen ja eh nichts angepflanzt. Aber ja. Hatte ich nicht, aber doch. Krassbündel habe ich gekauft. Die können wir nochmal. Ne, die pflanzen wir morgen ein. Das wird sonst viel zu spät. So. Zweiter Tag im Frühling. Ein bisschen Geld haben wir gemacht. Durch den Diamanten, durch die Fische. Und ja, hier haben wir alles auch nicht so mega verkauft. Ja. Cool. Dann können wir uns jetzt einen Hasen kaufen. Auf jeden Fall. Und dann müssen wir wieder Geld sparen, um ja, noch den Stall auszubauen, um weitere Hasen oder so zu kaufen. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.